Söltisches Jägergeschnetzeltes Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Ich habe gerade geschrieben in den kleinen Chat Ja, Söltisches Jägergeschnetzeltes, jetzt müssen wir unbedingt, aber nach Many Deshalb gibt es kein Geschnetzeltes momentan von Söten, sondern von den Iggen Oder eventuell doch Söten Naja, wir können ja uns schon ein bisschen kampftechnisch beweisen, aber Ja, auf jeden Fall müssen wir noch hochstufen und das können wir am besten jetzt, wenn wir ein paar Gegner töten Mal gucken, ob wir es schaffen, hä? Ja Oh, ein Goldthaler Die können wir auch irgendwie aufsparen, hä? Die haben wir vom Ding bekommen, wo er das Hütte erledigt hat, von den Gegnern Die wir auf ihn aufgeletzt haben Eigentlich nur getrollt haben im letzten Part Aber es war positiv für euch, wie hat er sich wahrscheinlich aufgeregt, dass wir ihn zweimal getötet haben? Boah Das war ja so heftig Und am Schluss dieser, der war noch stolz Er hat mich erledigt, er hat mich erledigt, einen, der für ihn sehr leicht ist Haben wir erledigt? Stellt euch das mal vor Das muss ja so stolz gemacht haben Na gut Kann ja passieren, dass er stolz ist, aber Ja Scheinbar tut es ihm nicht so gut Peinlich ist es eben gewesen Gucken wir mal, was die Igen so machen Vielleicht sind sie auch peinlich Aber ja, ich will ja nicht so sehr alle runter machen Ich will sie nur ein ganz bisschen schwarz plagen So ein bisschen schwarzer Humor, oder? Es haben sich wahrscheinlich wieder ein paar aufgeregt, ein bisschen Aber Oh, schaut euch mal zwei Baba an Da geht wieder gar nichts, hä? Jetzt Hm Da ist der Blart Kennen wir den? Nö Wir buffen mal, hä? Ja, jetzt müssen wir nicht mehr buffen Wenn der Blart auch weggeht Sicher ein Jäger Grazias Ulises Delroyo Auch ein Grazias Boah, der hat ein Warmaster und ein Halloweenanzug Aber sieht wie ein Warmasteranzug aus Was ist denn? Wir haben die anderen für ein Level Ferdi hat wahrscheinlich immer noch Level 43. Müssen den mal hochstufen, wenn er da ist. Aber der ist ja auch jetzt nicht da. Hm. Das wird wahrscheinlich die anderen ein bisschen nerven. Mal ein bisschen Hüpf über die Woodguard. Hüpfen. Na leid, ist die Steuerung mega hässlich. Nee. Ja, jetzt greift doch nicht schon wieder an. Bleib doch da. Gibt's keine von United hier. So, kurz zurück. Wechseln. Die Vandalismus. 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 Die Vandalismus. Gut. Gunnar Bergmann ist doch hier. Der Gunnar. Gunnar Bergmann. Hüi. Darf ich aber auch mal ein paar erledigen. Hüi. 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 Ah. Die werden mich wahrscheinlich bald feuern. Hüi. Weil ich nicht mehr Schütze spielen will. Hüi. Hüi. Der ähm. Der Goblin vom Grinch. Hüi. 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 Ja. Hüi. Ja. Jetzt muss ich schauen. Jetzt ist Konkurrenz Teso hier. Also ich muss jetzt noch Teso aufnehmen. Hüi. 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 oder wie ihr es denn wollte, aber eben nur noch ungefähr 2 Stunden oder so ich kann da nicht mehr so viel opfern und das eben an den Zeiten wo ja einfach die Zuschauer schauen und das ist zwischen 18 und 20 Uhr, sonst bringt es ja auch nicht, ich habe immer wieder null Zuschauer weil ich an falschen Zeiten aufnehme, also Livestreame und das ist natürlich nicht so toll alle haben weg mit den Köpfen, Schlachtruf hat auch da, da hat er Schlachtruf 3 ich habe auch 3, ich glaube ich las ihn auch auf 3 aber was ist jetzt los mit dem Iggen, passiert nichts mehr ich freue mich schon, wenn ich dann auch einen eigenen Krieg machen kann und nicht immer auf andere warten muss oh ist das kalt heute ein Mega-Gan ja aber bitte, ich will noch ein bisschen haben können wir irgendwo Gegner töten in der Nähe wir schauen gerade mal ein bisschen hier herum wir schauen gerade mal ein bisschen hier herum hm irgendwo muss doch ein paar Gegner haben die sehen gerade ein, dass sie einfach keine Chance haben da ist einer ja das legendär legendärer Puma bringt uns nicht viel hm bestialischer Panther bringt uns nicht viel hm Zyklopenkriegermeister da ist auch einer der herum läuft mit dem kleinen Grinch ja und heute schon gewartet scheinbar nicht alle wollen noch warten die haben alles aufgegeben scheinbar die wollen jetzt irgendwas anderes einnehmen aber es gibt Immersionen eventuell hm gut es ging aber schnell hm also das hat es da mal eingeladen Schaunerid ok ist nicht eingenommen wir sind einfach über hey ich muss noch wahrscheinlich das Reichwesen irgendwie hm ich frag mal ganz schön eng getönt darf ich das Reichwesen wir sind so OP ich kann nichts mehr aufnehmen und dann so ja du kannst du bist ja ein Ritz-Player komischl sag mal nicht verlieren bitte und mach mal vorwärts mit den Reliquien wie lange gehts noch muss ich mal schauen gehen wir mal kurz schauen ja aber bitte nicht teleportieren sondern einfach durchs Tor gehen und das wird dann auch so ein Tor noch 5 Minuten ok Zincetalis scheinbar sind die anderen alles nach Samal gegangen ja United ist nach Samal ich glaub der hat recht viel Langeweile hm wir eigentlich ja auch das scheiß Schwert mal einstecken oder zwei Schwerte einstecken hm nein nicht verschwinden hm 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 los los vorwärts wie der aussieht und was ist denn das für ein keine Ahnung ah wahrscheinlich diese aristokraten ding äh clothing ne nee oder doch ja könnte schon sein für die äh für die wo geht's ok hm diese 5 Minuten boah ist das ein Helm von den Drachen könnte schon sein Suchtis überall Suchtis hm dem Wächter sieht auch gut aus Zahanko Mimono bisschen eco-shooter spielen oah ja äh und jetzt Schon tot? Es ist...wie ist es gewesen? Precious LaGuardian Ach jö mosq Ist es niedlich Ach Angel Ach Engel Los Invasion Ich mach mal jetzt hier einen Schnitt und dann sehen wir die Invasion, oder wenn irgendetwas passiert. Bis denne! So, das Relikt ist los. Jetzt gehen wir und beschützen ihn bis zum Tor, bis zu der Mauer und dann zum Tor. Gut, machen wir einen Strand-Citning. So schön, richtig cool hier. Habt schön! Und die anderen? Ah, jetzt kommt sie. Scheinbar alles so richtige Suchtis, die wissen was sie machen müssen. Schon tausendmal gesehen, deshalb, ja. Hm. Kann halt alles noch dauern. Wo sind die anderen? Die sind noch nicht los. Hinten dran ist da auch niemand. Die wollen dein Wohnzimmer nicht angreifen, hm? Wieso muss das ein Barbar eigentlich machen? Sollts wir doch ein Ritze machen? Hm. Keine Ahnung. Ja, eigentlich sind es mehr. Die haben alle geschlafen. Ist schon heftig, gell? Hey! Wir könnten das so machen, wenn wir dann Level 60 sind. Wir bleiben im Fort und überraschen die dann. Die Ecken, die angreifen. Hahaha. Das machen wir dann. Oh. Wir werden so böse sein. So, der Kristall. Gehen wir mal rein... reinstecken. Was haben die anderen jetzt? Ah, jetzt ist es angreifbar. Das erste Mal habe ich so etwas gesehen. Oh, schon wieder inaktiv. Heute hat es viel gebracht. Wir haben nichts erledigt. Oh. Jetzt wo ich die Zeit habe, auch wieder, kann ich da mehr Leveln dazwischen und... Ja. Wird ich mal schauen. Oh. Die haben das schon eingenommen, die Armen. Famos Samal. Wir müssen nach Samal gehen. Vamos heißt nach? Oder was heißt das? TWDF WDFW. Okay. Okay. Und das heisst... Schlangenarmee. Alt Igneus in Rot. Lunete. Und der da? Ist noch ein Fühl. Los. Samal. Willkommen. Da werden wir wieder nichts abbekommen, weil die Degen natürlich nicht nach Samal gehen. Hm. Bären. Was heißt der Bären? Ist das ein Bärner? Hm. Okay. Okay. Los. Wer liegt? Das wird noch lange dauern. Ich muss wieder... Kurz... Ja okay, ich werde dann den nächsten Part. Wieder. Ist niemand hierher. Ach, sind das langweilige Eken. Übertrieben langweilig. Was sollen wir hier machen? Auf das Relikt warten? Wir können wenig machen. Noch eine Minute. Gut. Gut. Vielleicht lade ich euch zwei... Leute, lade ich heute zwei hoch. Mal gucken. und für das Rudels fünf... lass mich durch. Aber alles in Brücken. Ist ein Verteidigungs... Okay. Warne des Anstums. Ist das Ritter? Ich glaube schon. Hm. Genau, noch nicht so viele Sachen. Mehr. Ich hatte mal recht viel gewusst. Das war in Season 3, glaube ich noch. In Season 4 war ja dann wieder ein bisschen längere Zeit. Nicht so schnell. Und ähm... Ja, dann habe ich das meiste einfach wieder vergessen, weil ich dachte, ja, ich will nicht mehr regnen. Aber es motiviert halt immer wieder sehr schnell. Hey, ich will auch diese Hasen... Da ist immer noch Osterhase. Ich weiß jetzt, wo der Osterhase ist. In Champions of Reignung. Okay, ich habe 10 FPS. Gut. Ähm. Hallo, Fraps. Sieht eh nicht aus wie im Spiel. Gott, der Gott. Läuft nicht gerade so gut. Ja, es ist das Spiel. Tut mir leid. Es ist das Spiel. Das leckt. Ja. Schade. Natürlich auch nicht mehr FPS. Vielleicht ist auch irgendwas kaputt gerade vom Spiel von der Engine. Ich sehe, ich kann gar nichts. Ich werde mal buffen. Jo. Wir sehen eine Leckparty. Vier FPS jetzt. Hm. Ich kann jetzt nur kurz schauen. Moment. Ja, ein bisschen mehr FPS habe ich, aber irgendwie ist das Spiel überfordert. Ich habe das Gefühl. Bei Fraps habe ich beendet. Alles habe ich beendet. Und hatte immer noch diese neuen FPS. Also, ihr könnt mal schauen. Ähm. Alt und P. Ja. Der Ping ist hoch. Ja. Das Wahnsinn, wie der Ping hoch ist. Das ist nicht so gut, hä. Schade, wird wahrscheinlich nichts mit einer Invasion. So leckt. Steht hier auch etwas. Mana Miagro. Die haben keine Ping-Probleme. Aber ich habe Ping-Probleme. Oder wie. Gut. Wir legen ein bisschen hier. Durch. Das Egenreich. Tun einfach buffen. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt habe ich nur noch vier FPS. Jetzt gerade hier ist es wieder schlimm. Wir müssen vielleicht da mal reingehen. Noch weniger FPS. Aber die Stimme nimmt es hoffentlich noch richtig auf. Glaube eh nicht. Genau, deshalb bin ich auch ein bisschen abgehauen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. So kann ich einfach nichts sehen. Aber die anderen können ja normal weiter kämpfen. Und ich habe immer diese Ding. Hm. Noch mal kurz. Ja, tut mir leid. Jetzt ist einfach alles gelegt. Okay. Eventuell ist es auch der Antivirus. Ich muss den mal wechseln. Das ist der größte Scheiss. Das ist Anvira. Der größte Scheiss. Überhaupt nicht richtig ausbalanciert für Gamer. Immer die ständigen Updates, die Werbung. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das ist das größte Problem. Tja. Na, hier oben. Ich glaube, bei Ihnen sieht das auch irgendwie so extrem schlecht aus. Isos. Isos, Eroberung, Abbrechen. Isos. Isos, Ignis, Isos, Ignis, Isos, Ignis, Isos, Ignis, Isos, Ignis. Ja, was wollen wir machen? Zuschauern jetzt. Das ganze Spiel ist broken, wenn zu viele Leute da sind. Nein, es liegt nicht an den Leuten. Es liegt einfach am Ping. wir haben einen schlechten Ping und das macht die FPS von Freps runter natürlich, weil Freps meint ja, das Spiel läuft nicht flüssig, dabei sind es Lecks, irgendwie so etwas naja, ich beende jetzt den Parts, das ist schon 27 Minuten deshalb, Dankeschön und ja, wir sehen wieder eine, ah, jetzt ist es wieder flüssig, ich glaube da hacken ein paar, nein, das ist einfach dieser Effektgewitter das Spiel nicht so mag die der selbe Ping ist immer noch schlecht ok, machen wir noch ein bisschen weiter wir haben noch einen längeren Part da haben wir auch den Red Logo oder wie noch ist ich möchte gerne noch ein bisschen kämpfen oh, bist du Süße ich weiß, du bist süße aus auf dem Bridge ich habe 60 FPS wieder das geht mal gut, ne hallo, ich kriege die haben alle Angst die sind leicht, ja also, leicht die betrieben leicht hm Pistacho-Karnibal oh Gottchen ja, ich hätte gerne wirklich einen Kristall einen Edelstein ich will auch einen tragen Naxi-Hito-El-Barbaro da ist der grüner Bergmann wieder ah, das sind viele ich weiß nicht ich sollte lieber wieder ein bisschen zurück würde ich sich so aufstehen wieso geht er noch rechts ist da auch jemand jedes Let's Play in jedem Let's Play, das ich gemacht habe von Regnum war ich im überragenden Reich hat das irgendwie einen Einfluss dass sie sehen ah, meine Videos ok, ah, es ist ja ein Deutscher aber äh ja, gehen ja auch in dieses Reich dann können wir vielleicht spielen mit dem und dadurch eine überragende Ding gibt also das Spiel einfach die anderen Spiele von den anderen Reichen überragen sozusagen oder sie haben mehr Motivation wieder und wollen Regnum spielen dadurch kann auch sein aber auf jeden Fall haben ja meine Let's Shows vor allem ein Ege-Mega Aufschwung also nicht Aufschwung aber dass sie immer noch extremst geschaut werden oder? Nein, nicht töten und nicht na, nicht wieder Stinkwolke produzieren ja, der greift mich an was der ist im Nun gegen mich Boah, ich hab kein Ding mehr Spam jetzt alles so noch ein bisschen noch ein bisschen wir müssen ihn töten ja prima nein nicht auf mich doch nicht auf mich rauf ey die wollen alle mich es geht nicht nein sie haben jetzt mich durchgewischt aber es sind zwei Barbaren wie das sieht man böse Barbaren also ich begände jetzt den Paar bis denne tschüss bis zum nächsten Paar noch ein kleiner Nachschlag noch ein bisschen Fighting hier macht auch viel mehr Spass aber ich muss nicht drin sollte nicht drin sein ah, der Kendrick der ist ein bisschen barbar hat mich angegriffen oder so hm aber ich hab vorher wieder einen erledigt oder zwei muss mal kurz schauen die regenerieren hier immer Gesundheit das Wahnsinn wo ist er da hab ich wieder einen erledigt ganz alleine beziehungsweise mit Unterstützung von einem ähm ja beschwöre das wollte ich sagen so vorwärts es nimmt noch zu wenig kommt doch mal vorwärts hier hin mal ein paar kleine Käfer töten boah ist der stark heftigst kommt jetzt hier hin wir beginnen einen anderen Weg ach die Truppen wo sind denn die es ist immer noch erobert von uns also bitte ja okay bis zum nächsten Part tschüss ah jetzt geht's vorwärts bereit zum Aufheben ja los super also ja nächster Part schau ich dass ich auch wieder so etwas aufnehmen kann natürlich macht doch Spass sonst muss man halt leveln auch wieder mal ein bisschen muss ich auch aufnehmen leider aber gut ja schreibt mir mal was was ihr so denkt und was ihr einfach am meisten wollt vor allem oder tschüss sch 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 Vielen Dank.